Ich geh woanders hin. Die Ecke ist mir hier eindeutig zu gefährlich. Der ist richtig gut, ey. Alter, diese Dinger machen mich so fertig. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Debt by Daylight. So, wir wissen schon mal, dass unser Killer der Doktor ist. Da brauchen wir eigentlich keine Angst haben, ne? Ein Doktor ist ja da, um dir zu helfen, quasi. Ja, genau. Glaub, dieser Doktor ist ein bisschen anders. Meinst du? Yes. Was ist das für ein Geräusch, Alter? Ich weiß nicht. Wieso ist der Boden so rot? Ich hab's verkackt. Okay, alle gehen weg. Jo, jo, ich geh auch weg. Ich hab ihn mega... Wir sind zu dritt am Zen und ich hab's verkackt und ihn dadurch quasi angelockt. Was ist denn das für ein Geräusch, ey? Keine Ahnung. Das ist die Romanze des Sumpes. Nee. Das ist ein... Okay. Das ist gar nicht so komisch. Weil wir... Wir haben gerade so eine Art Mief-Spray ins Auge gekriegt. Was für ein Spray? Ja, der hat uns Pfeffer-Spray in die Augen gesprüht. So eine... Druckwelle oder so. Ich seh hier gar nix, ey. Außer dieses komische Geräusch. Oh, er ist absolut an mir vorbei gerusht. Ja, voll die Kackstelle. Ich seh hier gar nix. Ah, ich hab ihn gesehen. Oh, dieses... Das nervt. Was... Was nervt? Ja, dieses komische Geräusch. Dieses... Das macht ganz komische Geräusche hier. Schon wieder. Oh, Gott. Alter, ich hab mich so erschrocken. Dieses... Ja. Du warst so laut, dass dein Mikrofon das nicht mehr aufgenommen hat, ey. Echt nicht? Alter, ich hab... Bin ich jetzt... Äh, äh. Hab ich's nur übersteuert? Ja, anscheinend. Oh, nein. Please. Let me go. Ich weiß halt nicht, ob der mich jetzt sieht, wenn ich diesen komischen, äh... Wenn ich dieses Plackern hab. Alter, wo ist er denn? Mich irritiert dieses... Oh, nee, 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 nee. Ah, da hinten. Wo ist da hinten? Haus. Am Haus? Ja. Okay, ich bin auch am Haus. Das ist ja jetzt echt... Ich hab hier richtig einen an... Oh, dieses Geräusch ist so ekelhaft. Ich hab seit diesem Schockwellen richtig einen an eine Waffel. Hast du auch so schon gehabt? Ich kann... Ah, nein. Wie war das? Nee, er hat schon wieder so eine Schockwellentherapie an mir durchgeführt. Das ist er gar nicht, oder? Ich bilde mir einen, ihn zu sehen. Kann das sein? Keine Ahnung. Und ich höre die ganze Zeit Geräusche. Ich kann jetzt nicht rausfiltern, wo der überhaupt ist, der Typ. Wie auf Pilze, ne? Aua, das tut auch weh. Oh Gott. Oh Gott. Kann man da irgendwas gegen tun, gegen dieses komische... Ich hab keine Ahnung. Ein Totem zerstören oder irgendwas? Ich hab schon eins zerstört. Okay, du hast es nicht wirklich besser gemacht. Wieso? Ich hab jetzt hier so Punkte krisieren bei mir. Ja, an meinem Charakter ist so ein Punkte kribbeln. Jesus, was war das denn für eine Scheiße? Nee. Ah, Gott. Leck mich. Okay, er ist bei dir. Das ist schon mal sehr gut. Oh, hier ist ein Totem irgendwo. Oh, da. Ich muss den Jen hier komplett von vorne anfangen. Warum das denn? Ist er noch bei dir in der Nähe? Naja, ich glaub, er läuft mir hinterher. Oder auch nicht. Nee. Ich hab hier Heartbeat. Wieso ist denn der jetzt schon wieder... Wieso hat denn der Bumm gemacht? Der Jen? War da noch wer dran? Nee. Moai. Okay. Ich... Der muss an der Hütte sein, wo ich gerade den Jen gemacht hab. Sobald ich da dichter rangehe, hab ich Heartbeat. Das ist doch vorhin erst kaputt gemacht hier. Du hast mal Heartbeat ausbauen. Scheiße! Das ist sehr gut. Heißt das, er ist bei dir? Na, er kommt. Zu dir? Ah, fuck, man. Okay, dann fang ich jetzt den Jen wieder von vorn an. Ziemlich romantisch hier, oder? Hast du dich selber geheilt? Ja, nein. Tschüss. Ja, nein, tschüss, was? Kann grad nicht sprechen. Okay. Scheiße! Bist du schon wieder hingefallen? Mann, ich hab mich... Mann, ich hab mich selber befreit, ey. Vom Haken? Und dann... Nein. Achso, von seinen Schultern? Ja. Und dann wusste ich nicht, wo ich hinlaufen sollte. Und da war ne Sackkasse, Mann. Und dann bist du gleich wieder über ne Worte gestolpert. Fuck, ey. Ich hab jetzt den kompletten Generator fast fertig. Und hab erst ein Skillcheck gehabt. Gucken, wo hängst du denn? Da hinten. Äh, er kommt jetzt da hin, ne? Wo es gerade geblinkt hat. Ja. Heise, ey. Ich muss mal gucken, ob ich dich abgehangen kriege überhaupt. Er kommt zu mir. Er kommt zu dir. Ja, er läuft hier ganz weit rum. Oh, ja. Also bewacht er dich. Oh, ich hab ihn gesehen. Ja, ja. Er ist jetzt bei mir. Ich... Ich nehm ihn mal mit. Ah, wat für ne Grütze. Ja, ich sag dir das. Verfolgt er mich gar nicht? Oh, Gottes Willen. All up action. Du hängst ja nicht mehr, ne? Ne. Wurde befreit. Er ist immer noch bei mir in der Nähe. Jetzt nicht mehr. Er ist weg. Okay, ich mach den zweiten Gen. Ah, er ist wieder bei mir in der Nähe. Versteck mich hier mal richtig obvious in so einer Ecke. und hoffe, dass er zum Gen läuft und dann weg. Fuck. So geht das nicht. Wenn der seine komische Schockkacke macht, dann verrate ich mich, glaube ich. Ich glaube, dadurch sieht er das ja. Oh, Gott. Ich verjag mich auch jedes Mal, wenn das kommt. Absolut. Eieieieiei. Schon der zweite Tod, der mir zerstört? Ich weiß halt nicht, wo ich hin soll hier. Ich finde nicht manchen, ey. Ich glaube, prinzipiell laufe ich gerade. Das ist so genau. Er ist wieder weggelaufen. Ach, nee, nee. Er ist noch hier. Oh, Kacke. Das ist jetzt aber unfaktisch. Sackgasse, da komm ich gar nicht lang. Der Junge, ey. Wuhuhuhuhuhuhu. Wo ist er denn? Hinter mir. Ah, okay. Also du hast ihn, ja? Das ist gut. Ich suche mir mal einen anderen Gen. Hör auf, so doof zu lachen, du Trottel, ey. Ja, ich bin dann auch tot. Nee, weil ich hängel schon das dritte Mal. Ja, alles gut, alles gut. Nee. Gut finde ich das jetzt nicht unbedingt. Ach, man kann sich beruhigen. Oh, wow. Das habe ich jetzt mal gar nicht gerafft. Da dachte ich, ich repariere den Gen. Richtig schlecht. Party, Schokolade. War das ein Überlebender oder war er das? Ich bin jetzt mitten auf dem offenen Feld. Er ist hinter mir, aber ich weiß nicht wo. Okay, ich kann mich noch nicht beruhigen. Beruhigen? Ja, man kann sich beruhigen. Wenn er diesen Schockkram gemacht hat, äh, hast du die Möglichkeit quasi, dich selbst zu beruhigen. Damit du diese Halluzination nicht mehr hast. Oh, gruselig, ey. Da hinten ist er. Nee, das war ein Überlebender. Aber er ist hier irgendwo in der Nähe. Da ist er doch. Oh ja, 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 ja. Da ist er. Ich habe ihn auch gesehen. Ja, das war der doch eben auch schon. Er macht meinen Gen kaputt. Jetzt ist er weggelaufen. Ich gehe woanders hin. Die Ecke ist mir hier eindeutig zu gefährlich. Der ist richtig gut, ey. Oh, Gottes Willen. Alter, diese Dinger machen mich so fertig. Heute Abend zuckst du bestimmt wieder im Bett, ey. Ja. Ich habe die leptische Anfall, du. Ich kriege hier noch einen Hard Attack. Hard Attack, ey. Hard Attack. Kann ich mich beruhigen? Ja. Hä, das hat er bei mir gar nicht angezeigt. Ja, ja, du musst, äh, irgendwo hinlaufen und linke Maustaste gedrückt halten. Das wusste ich gar nicht. Und dann kannst du dich wieder beruhigen. Hm. Na gut, ich hing ja die ganze Zeit. Ja, ja, du hast ja nicht viel vom Spiel mitgekriegt, ne? Ach komm, halt, du mal lieber den Sappeln, ne? Du bist sonst immer der Erste, der hier drauf geht. Und du bist gleich der Nächste, wenn du so weitermachst. Ich hänge fest. Klasse, totem. Ja, ist mir doch voll egal. Nein, das musst du kaputt machen. Aber nicht jetzt. Wenn ich jetzt. Wann? Wuhu, das war jetzt ja doof. Aua, ich brauche eine Hippalette. Hippalette. Hier fühle ich mich sicher. Haha. Aua. Er hat sich schon kaputt gemacht. Also viel ist jetzt nicht mit weglaufen. Er kommt ja direkt hinterher. Oh, ich brauche mich nicht beruhigen. Das ist schon mal gut. Ich bin nervlich noch nicht am Ende. Ich brauche vielleicht eine Therapie, aber ich bin nicht am Ende. Kann ich mich wirklich nicht beruhigen. Was machen denn die anderen beiden? Hier sind noch zwei andere. Ja, die können hier mal ein Generaleheile machen. Warten die jetzt, dass ich hier... Wahrscheinlich haben die den gleichen Plan und der Typ, der ist ja nicht schlecht. Doch. Ich finde ihn schon ganz gut. Also ich finde, er spielt schon so ein bisschen wie ein Anfänger, ne? Ach, guck mal. Also wenn man jetzt schon gehangen hat, dann zeigt das eigentlich, dass man kein Skill hat eigentlich, ja. Ach du, nee, dass man mutig ist. Ja, ich möchte jetzt hier dich nicht in einen schlechten Licht rücken oder sowas, ne, aber... Ja, ja, guck hier mal die ganze Analfolge an, die du hochgeladen hast, wer da immer als erstes hängt. Nein, du hast das schon gut gemacht. Da sagst du nichts, ne? Ne, ich habe jetzt gesagt, du hast das gut gemacht. Na und? Hat er jetzt wen anders im Visier hier? Kann ich mal langsam wieder einen Generator machen? Wir brauchen noch zwei. Das sieht man gar nicht, ne, wo der gefallen ist. Ne, ähm... Da ist ein Totem. Ist mir egal. Die wurde nur geschockt. Die... Er hat sie nicht gehittet. Gehittet, ja. Weißt du was? Ne. Ich repair jetzt einfach den Jen hier mitten in der Fläche. Oh, fuck! Ah, wo kam er denn her? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn absolut nicht gesehen. Das ist ja... Na ja, große Klappe hat er. Das hat er, ey. Das kann er. Am Arsch bin ich. Am Arsch. Aua! Ja, das bringt mir absolut nichts. Da bin ich auch lang gelaufen. Du musst ruhig sein. Ich kann mich nicht konzentrieren. Was soll ich ruhig sein? Pst, 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 pst. Oh, scheiße. Der hat nicht gesehen. Nein! Come on, buddy. Wie bleibst du denn da stehen? Weil er rüberkommt. Hihihihi. Boah, Alter, mir wird schlecht, wenn ich dir zugucke. Ja, tut mir leid. Ich gucke mal eben, wo die anderen sind. Ja, das wäre cool. Die eine repariert... Macht Versuch gerade, Jen. Der andere versteckt sich die ganze Zeit. Der ist... Hä? Sind das zwei? Ja. Sind das mehrere Killer? Nein. Äh, das sind ja die... Der eine hat gerade versucht, den Jen kaputt zu machen. Ja, das sind Halluzinationen. Nee, nee, das war gerade der Richtige. Aber er ist nur noch bei mir in der Nähe. Nee, der ist jetzt hier gleich... Warte. Der hat jetzt die Ehe hier mit dem Jen. Okay, erst bei den anderen Beinen, ja? Ja. Dann beruhige ich mich einmal. Ach, ich bin so fertig. Muss mich einmal beruhigen. Ey, wir müssen noch zwei Gents machen. Der ist echt gut, ey. Naja, es geht. Der ist jetzt bei dem anderen, glaube ich, gleich... Das ist gut. Ähm... Wenn... Also... Das wäre... Es wäre richtig... Wie bitte? Es wäre... Schlaganfall. Scheiße, der läuft ja. Ich glaube, der ist hier mal runter. Der eine versteckt sich gerade im Schrank. Okay, habe ich auch gerade gemacht. Jetzt fange ich hier schon wieder... Ich bin nebeneinander, ey. Ist ja bei irgendeinem von den anderen. Ja, nee, der läuft hier gerade am Schrank. Wobei, wo der andere drin ist. Ja, er läuft wieder zu mir. Er macht mein Jen schon wieder kaputt. Der fange ich gleich wieder von vorne an. Oh, das war jetzt ja... Das war jetzt ja... Das war jetzt aber auch. Er ist mir zu krass, Alter. Wo ist er hin? Jetzt ist er schon wieder bei den anderen Beinen, glaube ich gleich. Okay, okay. Ja, ist er. Das ist gut. Dann können wir ihn so ein bisschen hin und her locken und immer den Jen Stück für Stück weiter aufarbeiten. Ich weiß halt nicht genau, an welchem Generator die anderen Beinen sind. Das ist halt ein bisschen doof. Oben hier. Er kommt schon wieder zu mir. Okay, warte, ich verstecke mich nochmal. Nee, eigentlich ist er hier oben. Siehst du ihn auch? Ja, eben habe ich ihn gesehen. Ja, ja, er ist... Jetzt läuft er da hinten wieder irgendwo hin. Also er läuft wieder zu mir, okay? Denke ich mal, dass das halt hier ist. Ich weiß halt auch nicht, wo bei dir jetzt oben ist. Oh, ja. Oh Gott, der ist ja schon bei mir. Läuft er bestimmt wieder zu den anderen. Ja, jetzt ist er wieder hier bei den anderen Beinen. Oh, ich muss mich einmal kurz beruhigen. Oh, er kommt hier bei den anderen Beinen. Oh, das ist gut. Er hat jetzt gerade die eine hier. Das ist sehr gut. Dann kann ich die ganze... Jagd er gerade. Dann kann ich jetzt erstmal ganz gemütlich hier meinen Jen machen. Wenn die nicht zu dir gelaufen kommen? Ja, doch, die kommen... Vorzeitig ist sie in meine Richtung gelaufen, auf jeden Fall. Jetzt jagt er den Blonden hier, die Blonde, ich weiß nicht. Das ist auch gut. Hauptsache, er bleibt weg von mir. Du hörst doch nur so hin und wieder immer schreien. Ah, guck mal hier, meine Brunde nicht gegangen. Ja, aber jetzt weiß ich gerade nicht. Ja, er jagt die immer noch, würde ich sagen. Oh, die sind genau bei mir hier um die Ecke. Ja, da hinten links von dir sind die. Ja, ich habe ihn gesehen. Ich glaube, er kommt. Okay, warte. Oh, nur noch einen, ey. Ja, ich verstecke mich jetzt einmal kurz. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt erst sucht oder ob er die weghängt. Nee, der hängt die jetzt weg. Ja. Okay, ich brauche noch einen Generator. Ich versuche es mit dem da ganz hinten, würde ich sagen. Aber ich laufe einmal außen rum. Und hier, sein Kumpel kann ihn ja retten. Ja, der guckt schon, aber... Ja, der... Okay, ich kann den Killer gerade sehen. Das ist schon mal gut. Und er kommt zu mir gelaufen. Nee, der ist dann nach vorne. Ja, er ist ja quasi hier bei mir um die Ecke. Also er kommt hierher, er guckt immer wieder. Ja, ja, der Blonde ist also hier... Ah, was halt richtig kacke ist, alle drei Gems... Erstmal ist das kacke. Und alle drei Gems sind hier bei mir in der Nähe. Aber er nimmt sich jetzt erstmal den anderen hier, glaube ich. Okay. Also er ist... Ja... Wo ist hier der... Hier. Okay, wenn ich Glück habe, kriege ich da nicht mit. Der... Der steht jetzt... Ist jetzt die ganze Zeit bei der die hängt. Ah, er bewacht die, damit er überhaupt gehen hat, war. Ich weiß nicht, er läuft ja mal hin und her. Ich bin mir nicht sicher, ob er... Ich hoffe, sie kämpft auch noch eine Weile. Ich bin mir nicht sicher, ob er sie einfach nur beschattet oder ob er jetzt gleich die Gems abguckt noch. Er läuft ja mal hoch und runter. Ich hoffe, sie kämpft eine Weile, damit sie ihn ablenkt. Und jetzt kommt er zu dem anderen hier. Das ist gut. Immer dichter, glaube ich. Nee, er behält die andere im Auge. Ja, ja, aber ich sehe das, weil... Der hat hier dieses... Dieses, dass er alles sehen kann. Dich sehe ich auch hinten in gelb. Äh, nein, du kannst uns sehen, er nicht. Also, der Killer nicht. Äh, nein. Das meine ich doch gar nicht. Ach so. Ja, er lenkt ihn ein bisschen ab da. Aber jetzt kommt die, glaube ich, in deine Richtung gelaufen. Ja, das ist natürlich richtig dumm. Danke dafür. Aber genau in deine Richtung, ey. Du bist noch ein... Warte! Warte, es ist auf. Wie hinterfotzig war das denn jetzt, Hörde, ey? Das war ja wohl... Warum lässt sie dich denn nicht fertig machen? Dann hättet da beide gehen können. Das war ja wohl richtig, Assi. Scheiße. Bin mir nicht sicher, ob er mich gesehen hat. Ich laufe die ganze Zeit gegen Watt und denk, warum komme ich hier nicht weiter? Nee, der ist hier bei der anderen. Der ist hier bei der anderen. Safe? Ja, ja, er ist hier bei der anderen. Okay. Aber wenn die so weitermacht, hängt die auch gleich, dann bist du alleine. Ja, das ist kacke. Ja. Die hätte man noch warten sollen. Ich weiß auch gar nicht, warum die zu dir gelaufen ist. Was ihr das jetzt... Wenn du hoffn, dass der Killer... Er ist ja beim Jen. Ja, jetzt ist er weg von ihr. Ja. Er ist oben beim Generator auf dieser Plattform. Der kommt bestimmt gleich wieder hierher geschissen. Ja, ich habe schon ein Hardbeat. Jetzt bewacht hat er hier den Generator oder was? Wie doof die eigentlich ist. Ja, er weiß, wie weit der Generator hier ist. Der ist kaputt. Den hat er kaputt gemacht. Mann. Den Generator hat er trotzdem schrutt gemacht. Das macht nichts. Mach die andere hier den Generator, ey. Und die ist so blöd. Oh, Entschuldigung. Uh, 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 uh. Ja, ging doch zu ihr hin. Ja, ich weiß nicht, wo sie ist. Hier an dem Generator unten. Musst nur runterspringen und dann nach rechts. Oh, du Bauernmann, ey. Ja, du. Uh, 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 uh. Hier an dem Generator. Ja, hier, komm. Komm mal her. Ich habe hier mitgebracht. Kannst du ihn wieder abnehmen? Hier, hallo. Aua. Hier jagt die Blonde. Sie ist jetzt langsamer als ich. Ich bin noch viel zu weit weg. Oh, das ist natürlich jetzt sehr doof. Ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt noch mal abgehangen kriege gerade. Das war echt Link von der, ey. Oh mein goodness, ey. Das Totem kaputt. Ist er bei der anderen? Ach, das Totem kaputt. Nein. Das Totem interessiert mich nicht. Dann weiß er ja, wo ich bin. Nö. Puh. Ey, gibt es nicht noch irgendeinen anderen Generator, der nicht fertig ist? Ich gehe mal auf die Suche. Ja, da, wo sie ja dran war, ist auch noch. Ja, aber das können doch nicht die einzigen beiden Generatoren hier sein. Jetzt seid ihr wieder in einer Nähe. Ja. Hi. Ich habe dir diesmal keinen mitgebracht. Na, das war echt mies, ey. Okay, hier ist kein Generator. Das ist aber doof. Wir hätten noch einen mitten auf dem Feld. Da hinten. Das ist doch schon fertig. Nee, da hinten. Nee, da hinten. So. Also, schön dicht am Killer dran, ey. Das ist ja doof, ey. Meinst du, die hockt jetzt, dass sie sterbe, damit die hier durch die Huchte kann oder so? Ja, die läuft hinten an der Wand lang. So, eine linke Bazille. Nee, jetzt geht sie zu dem anderen Generatoren hier, wo sie am Anfang war. Oben drauf. Aber der Killer kommt schon wieder, ey. Zu ihr? Ja. Das ist gut. Ja. Jetzt versteckt sie sich im Schrank. Jo, er kommt. Wichtig ist nur, dass der Killer bei ihr ist. Ja, noch. Jetzt. Guck da im Schrank. Jetzt hat er sie. Ja, das ist gut. Dann versuche ich hier mein Glück. Ich muss sie abhängen. Die hängt jetzt. Ja. Ich muss sie abhängen. Ist der Killer bei ihr? Ja, der ist hier oben. Der kommt jetzt zu dir? Okay. Dann ist er ja diesmal zumindest nicht so mies. Hör doch auf, da rumzuzappeln. Hier, komm her, hier. So, bitteschön. Mach was draus. Reparier ein Generator. Ich befählige es dir. Du stehst auch noch einer. Ja, ich weiß. Aber ich... Ja, wo kommt er denn her? Ich hab ihn nicht gesehen. Nein, ich bin am Arsch. Ich komm noch hier... Komm noch hier nirgendwo mehr hin jetzt. Ich weiß halt nicht, wo ich hinlaufen soll. Oh man, ich bin so überfordert. Eine lange Runde, ey. Ich sag dir das. Spannung ohne Ende. Ich hab nicht mal Zeit für irgendein Shit-Tor. Das ist aber traurig. Jetzt ist er bei ihr. Ja, ich heile mich nur kurz. Und sie ist hinten auf dem Feld, oder? Oh, sehr gut. Ja. Jetzt soll sie mal ein bisschen auf... Der Generator, ich war fast fertig. Der ist schon wieder auf Null. Das ist alles ihre Schuld. Wir hätten schon lange weg sein können. Ja, sie ist auch weg. Echt jetzt? Nee, die hängt doch erst das zweite Mal. Ja, aber... Ist er bei ihr? Ist er bei ihr? Ich seh ihn jetzt nicht. Ja, er ist hier nach Nähe. Ja. Ich kann ihn halt nicht sehen. Er läuft jetzt wieder ein Stück zurück. Ich glaube, er kommt. Ja. Ich bin bei ihm vorbei. Jetzt hänge ich sie ab. Ach, das ist so doof, ey. Jetzt ist der Generator gleich wieder auf Null. Aber ich brauche ihre Hilfe als Ablenkung. Komm her, hier. Du dödest, Baddell. Jetzt lass dich nicht wieder erwischen. Komm mal einfach mit. Hätte ich vorher nicht zu dir gelaufen, hättet ihr den fertig gehabt, ey. Komm hierher. Komm hierher. Hör auf zu heulen. So, alles keine Schuld. Wir hätten schon lange weg sein können. Aber nee, du weißt ja alles besser. Schön den Killer zu mir bringen. Oh Mist, Maddell. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ja, das war irgendwie dumm, ne? Ja, weil der Generator hätte fertig sein können. Ich wäre schon viermal abgehauen. Und alle Generatoren sind so dicht beieinander. Das ist halt so dumm. Für uns jetzt. Ja, sie geht ja jetzt mehr ins Gebüsch hier. Die soll hier mithelfen, die blöde Kuh. Ja, der ist, glaube ich, bei ihr. Nee, er ist. Also, ich höre ihn. Aber ich sehe ihn nicht. Aber ich sehe ihn hier die ganze Zeit schon voll schlecht. Aber er ist jetzt bei ihr. Okay, okay, okay. Ich versuche mein Glück am Generator. Ja. Er läuft hier hinterher. Jetzt läuft er da ins Haus unten wieder rein. Oh, fuck, scheiße. Nein. Das hat er gesehen. Das hat er gesehen. Das hat er gesehen. Was mache ich jetzt? Das hat er gesehen. Beruhig dich, Alter. Ich muss hier weg. Mann, das ist doch mega kacke. Tötet doch die andere Schnäppe einfach. Ey, ihr kriegt echt einen scheiß Generator nicht fertig, Alter. Ey, das kann nicht sein. Warum macht sie ihn denn nicht jetzt weiter? Keine Ahnung. Oh, da kommt er. Echt jetzt? Zu mir? Nee, bei ihr war er gerade. Ja, jetzt kommt er zu ihr. Jetzt guckt er bestimmt gleich in den Spind. Du Lügenbaron. Er ist oben auf dem Generator. An dem, an dem. Ja, sie ist hier aber oben. Ach, die ist oben am Podest. Ja, die hat den Generator angefangen gehabt. Ja, sie ist auch schon wieder bei. Oh, das ist so ein krasses Level dieser, ey. Level. Na, das ist... Oh, Entschuldigung. Ich habe mich so erschrocken. Tut mir leid. Ich erschrecke mich die ganze Zeit. Ich habe gleich keinen Verbandskasten mehr. Das ist natürlich ein bisschen doof. Oh, ich habe gar keinen Verbandskasten mehr. Na, wenn die jetzt mal einen fertig machen würde, das wäre schon ganz geil, ey. Jetzt seid ihr beide wieder an den Türen. Ja, er ist aber bei mir. Ja, sie ist bei dir auch. Hau ab, Alter. Was willst du von mir? Was willst du hier sein? Ihr seid schon wieder beide da an den Türen. Geh weg, du bringst Unglück. Ja, warte, warte, warte. Heil mich hier, heil mich hier. Wir wollen noch ein Stück in der Ecke. Danke, Bro. Bist der Beste. Bin echt froh, dich zu... Oh, ist das eine Frau? Nee, ist egal. Ich bin echt froh, sie zu sehen. Scheiße. Ja, ist egal, ist egal. Er wird uns hier nicht suchen. Er ist nur bei den Gents. Ja, ja. Da kommt er schon. Wo? Hast du ihn gesehen? Ja, rechts. Da ist er. Alter Schwede, ey. Das geht mir auch für Nerven hier. Nervenschaden. Ich krieg ein Kackssinn nicht fertig, ne? Ich laufe jetzt wieder einmal ganz rüber und fange nochmal den Generator an. Jetzt muss doch irgendwie machbar sein. Vor allem der hier, der puckert noch. Also er ist ja nicht... Er ist bei ihr hier. Aber ich würde halt lieber den hier machen. Der andere ist zwar weiter, aber... Jetzt läuft er wieder in dieses komische Podest-Ding da. Und jetzt repariert sie wieder einen hier. Ja, er tritt jetzt oben. Ich hab oben zweimal Hand angelegt. Ja. Und dann hab ich direkt danach angefangen, den Generator... Ja, jetzt kommt er wieder zu ihr. Ja. Ich geh direkt wieder zum Jen. Oh, jetzt macht er den Generator wieder Schrott, ey. Ja, ist egal. Jetzt kommt er schon wieder hierher. Nee, er hat sie eben gejagt. Nee, er geht zum Generator. Zu mir? Nee, ich glaube, er jagt sie jetzt gleich. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ja, sie läuft jetzt schon wieder zum Haus. Das heißt, er kommt gleich her. Und ich fange wieder von vorne an. Das kann nicht. Ja, irgendwie ist sie ein bisschen doof. Er ist hier irgendwo. Oh, jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder hier. Meinst du, er hat mich gesehen? Fuck, ja, Handah! Nein, aua! Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Warum? Was hab ich dir denn getan, Alter? Hab doch mal ein bisschen mitgefühlt. Ich bin eine Frau. Du kannst nicht einfach so eine Frau schlagen. Ist aber aus wie ein Mann. Ist es mir egal, das ist sexistisch. Ja? Ich bin, äh, ein Mann gefangen, obviously, im Körper einer Frau. Und ich bin am Arsch. Ja, am Haken. Boah, ich weiß nicht, wo ich hin... Ey, wo läuft die denn jetzt hin, ey? Ja, er läuft die ganze Zeit hinter mir. Oh, das war aber knapp. Ich mein, die andere hier. Geh ich hier einmal hoch. So. Er hat mich im Flug gehauen, Mann. Leck mich am Arsch. Ich bin... Das ist fast ein Kackspieler. Wiggle, 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 wiggle. Ja, gut, sie macht jetzt den letzten Gen, ne? Sie hat Werkzeug, geht schneller. Lecko mio, ey. Hat er mich echt gehittet. Ich hab ne Chance, freizukommen. Egal, ich... Raste hier nur aus, die Runde. Ich raste hier nur aus. Boah, die ist ja am ganz anderen Ende, ey. Ja, aber das ist gut. Vielleicht, wenn sie gut ist, schafft sie es, den Gen komplett fertig zu kriegen. Ja, für dich ist das nicht gut. Doch, sie rusht denn über die Map, weil ich sie gerettet hab und ich die Frau ihrer Träume bin. Nee, schafft sie nicht. Ach, come on. Ja, dann wird sie mich aber retten. Aber er hat die noch nicht kaputt gemacht. Ja, sie wird mich wahrscheinlich retten, wenn sie schafft, weil ohne mich... Nee, die läuft ganz anders. Die läuft nicht mal zu dir. Die macht den Gen fertig. Ist nicht ihr Ernst. Doch. Ich häng noch das erste Mal, Alter. Du kannst mich retten. Dann kann ich doch den Gen mit fertig machen. Tja, das war's, glaub ich. Und die muss auch immer übers Fenster springen, ey. Aber sie rettet mich. Oh, shit. Nein, macht sie nicht. Die kommt nicht zu dir. Läuft jetzt hier um den Stein im Kreis. Wird die gejagt? Nee, ne? Ja. Oh. Oh, scheiße. Jetzt kann ich sie nicht mal mehr in den Fluchtversuch starten. Die wickelt sich noch nicht mal mehr raus. Oh, nein. Hätt sie schaffen können. Hätt sie schaffen können. Oh. Ey, das kann nicht sein. Und das alles nur wegen einem einzigen Gen, den wir geschafft haben. Und sie hat nur noch ein ganz, ganz bisschen gefehlt. Ganz bisschen nur noch hat gefehlt bei ihr. Aber hat der Killer gut gemacht. Ja, war schon spannend, ja. Muss ich noch nicht sagen. Hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Das war eine recht lange, aber dennoch sehr spannende Runde. Ah, gut, teammate hat er mich genannt. Wer? Hier, den ich da geheilt und abgehangen habe. Aha. Nee, das war eine sehr lange, dennoch sehr spannende Runde. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, hat euch ein bisschen mitgenommen. Und wir sehen uns definitiv das nächste Mal wieder. Schaltet ihr ein. Ich würde mich freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.